Hallo, herzlich willkommen zum neuen Vlog von mir. Nein, Mann, Spaß. Kein Vlog, sondern Video. Und zwar, wir verpacken heute dieses Geschenk. Und, wie ist es? Spaß. Wir machen Tür 18 heute. Und, ja, neulicheschenk. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Ich muss erst mal gucken, wo es ist. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, nochmal. Und ich freue mich schon. Tür 18 ist ein bisschen dunkel heute hier. Aber da wollen wir uns nicht stören lassen von. Die Spielregeln kennt ihr alle. Das Code-Wort merken. Bei Instagram posten unter dem letzten Bild. Und zwei Freunde markieren. Und schon sei ich damit in der Lust, Frommel. Wo ist denn Tür 18? Da oben. Ich glaube, das war auch das oberste Geschenk von allen. Das werde ich jetzt runterholen und dann werden wir das gemeinsam auspacken. Tür 18 haben wir hier. Ein Pflege-Duo Körper-Butter- und Pflegedusche im Duett mit Vanessa May-Set für deinen Körper. Ist das richtig? Von Alverde. So ein Vanessa May-Pflegedusche-Set. Einmal Körper-Butter und einmal Pflegedusche mit Bio-Mandel-Extrakt. Das ist das Ganze, was das tollste Gewinn gibt. Bei mir in meiner Tür, Tür 18. Und wie gesagt, Code-Wort merken. Unter den letzten Posts bei Instagram posten. Zwei Freunde markieren und schocken. Seid ihr dabei? Viel Glück. Ich werde mich jetzt hinderhauen und sage gute Nacht. Tschüss. Tschüss.